Und deswegen sehe ich überhaupt keinen Grund an. Ich habe diesen Fehler gemacht. Ich stehe zu diesem Fehler. Aber Sie legen das Bundestagsmandat hin. Aber ich stehe das Bundestagsmandat nicht hin. Warum soll ich das Bundestagsmandat hinlegen? Ich kann natürlich, Sie können auch jetzt die Forderung erheben. Ich habe vor diesen Tagen überhaupt nie was gemacht in dieser Bundesrepublik. Irgendwo muss man doch mal noch auf die Proportion achten. Was doch jetzt hier gemacht wird, ist doch ein Feldzug. Das merken Sie doch bei jeder Frage, die Sie selbst ansprechen, die immer mehr als Abwägige gerät. Es war die ganze Zeit, war die Rede davon, dass 10, 15, einer hat sogar beschrieben, 100 Millionen in unsere Kasse gegangen sind. Mit mir beteiligt. Und jetzt kommen wir auf eine Zahl, die zwischen 1,5 und 2 Millionen in 6 Jahren liegt. Ist ja journalistische Arbeit auch das rauszubekommen. Nein, das ist keine Arbeit. Bei uns jetzt? Ja. Im nächsten April, Herr Kohl, werden Sie 70. Und im Oktober 2000 erleben wir ja den 10. Jahrestag der deutschen Einheit. Waren denn diese schwarzen Konten in Ihrer Bilanz die schlimmsten Fehler? Ja, sicher. Das war ein schlimmer Fehler. Das waren ja keine schwarzen Konten. Ich habe keine Konten geführt. Das ist ja auch so eine Formulierung, die nicht stimmt. Ich habe das Geld, das mir gegeben wurde, als Spende weitergegeben über das Adenauerhaus in die Schatzmeisterei. Und in der Schatzmeisterei ist es dann in den normalen Ablauf der Parteifinanzierung reingekommen. Der Vorwurf, der mir zurecht gemacht wird, ist, dass diese eben erwähnte Summe nicht angegeben wurde, also nicht im Rechenschaftsbericht sich wiederfindet. Und das war mein Fehler und das stehe ich und das schiebe ich auch gar nicht auf andere. Das war nie meine Art. Aber das ist eine Seite. Aber ich muss doch nicht deswegen jetzt sagen, ich habe vorher nie in Deutschland gelebt. Es ist doch ziemlich abwegig. Und vor allem weiß ja jeder, ich werde auch an diesem Abend nicht darauf reflektieren, wie Parteifinanzierung anderswo geschehen ist. Es wird doch jetzt dieser Vorgang, der zu Recht mir vorgeworfen wird, in einer Weise, in einer Dimension gehoben. Wir haben ja eben über Summen gesprochen. Es wird bezweifelt, dass Regierungshandel korrekt war. Es ist in keinem einzigen Fall ein wirklicher Beweis aufgetreten. Aber es wird behauptet. Und das Ergebnis ist natürlich auch, dass das Bild eines Mannes ruiniert werden soll. Und die Gefahr besteht, ja Sie haben es eben gesagt, was nun Umfragezahlen betrifft oder solches. Damit muss ich leben. Ich muss aber auch weiterleben. Und ich denke auch, dass noch ein paar Leute mehr sich in Deutschland überlegt, ob überhaupt die Verhältnismäßigkeit noch gegeben ist. Bisher, Herr Dr. Kohl, haben Sie geschwiegen. Heute haben Sie geredet. Dafür unseren Dank. Gleich im Anschluss das Heute-Journal. Auf Wiedersehen. Die Nachricht von der Erquerung Helmut Kohls ist natürlich auch in Berlin noch frisch. Seine Begründung für die Niederlegung des Ehrenvorsitzes klingt schon bitter. Ich begrüße nun Angela Merkel, die Generalsekretärin der CDU in Berlin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Berlut. Frau Merkel, wie kommentieren Sie denn Helmut Kohls Entscheidung und seine Erklärung? Ich bin darüber sehr traurig. Denn ich glaube, dass wir doch heute den ganzen Tag über einen unglaublich schwierigen Konflikt für die CDU diskutiert haben. Auf der einen Seite sind wir eine Partei, die die Rechtsstaatlichkeit immer eingehalten hat und weiter einhalten wird. Und auf der anderen Seite gehören 25 Jahre Parteigeschichte mit Helmut Kohl ganz eng zu uns. Und wir mussten uns an dieser Stelle entscheiden. Und wir haben diese Entscheidung nicht damit verbunden, dass Helmut Kohl den Ehrenvorsitz niederlegt, sondern wir haben nur gesagt, er muss als Ehrenvorsitzender aber auch seine Pflichten erfüllen. Und dass er sich dazu nicht in der Lage sieht, ist außerordentlich traurig. Und trotz dieser Erklärung können wir weiter feststellen, eine lückenlose Aufklärung über das Finanzgebaren der Partei ist ja immer noch nicht möglich. Täuscht dieser Eindruck? Natürlich ist es nicht möglich, weil wir Gelder unbekannter Herkunft haben und weil zur Herkunft dieser Gelder nur sehr wenige und eben unter anderem auch Helmut Kohl etwas sagen können. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir alles unternehmen werden, dass auch, glaube ich, noch vielleicht manches bekannt wird. Aber politisch ging es doch heute um die Frage, kann die neue Parteiführung kann mit dem Parteivorsitzenden Wolfgang Schäuble es gelingen, Vertrauen, das zerstört wurde, in die Union wieder zurückzugewinnen. Und da haben wir gesagt, das geht nur, wenn wir uns eindeutig zur Einhaltung von Gesetz und Verfassung bekennen. Eine Frage zum Schluss. Bleibt Wolfgang Schäuble auch Vorsitzender? Das heißt, ist er jetzt ein Vorsitzender auf Abruf oder wird er im April wieder antreten? Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben in der ganz festen Absicht heute unsere Beschlüsse gefasst und extra auch gesagt, wir wollen hier keine Isolierung einzelner Personen und haben deshalb auch als Präsidium alle Konsequenzen miteinander bedacht, in der ganz festen Absicht gefasst, dass dies auch über den April-Parteitag hinaus tragen kann. Selbstverständlich müssen alle sich zur Wahl stellen und werden alle gewählt. Aber, und solchen Ergebnissen kann man nicht vorgreifen, aber von der Absicht her ist das ganz fest mit eingeplant. Danke für dieses Gespräch nach Berlin. Danke für dieses Gespräch nach Berlin.